Ich bedanke mich vorerst für das große Vertrauen bei der Landtags-, Gemeinderats- und Bürgermeisterwahl im Jahr 2015. Ich wünsche allen Altheimerinnen und auch allen Endviertlerinnen und Endviertlern ein frohes, ein gesegnetes, glückliches Weihnachtsfest. Alles Gute, vor allem Gesundheit, Erfolg, Glück und Segen für das Jahr 2016 und freue mich auf viele schöne Begegnungen und Zusammenkünfte.